Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die und Wulff. Mit dabei 85 Wetter und ein David. Hallo Yoshi. Und ich habe meinen Triumph. Ich habe ein gottverdammtes Blei-Erz gefunden. Ein einziges. Und er hat es auch wieder gleichzeitig verloren. Wo bist denn du? Warst du im Haus? Ich war mitten in der Höhle. Ach so. Da wieder hinzufinden wird nicht so leicht. Er kann ja um Hilfe rufen, ob wir kommen müssen oder was anderes, aber... Ja, fuck. Das ist hier. Verreckt doch du scheiß Skelett, lass mir mal Ruhe. Ich möchte diese Folge nicht unbedingt plus 18 machen. Warum? Was ich ja beinahe, da ein Todespunkt, da, 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 da. Ey, meine ganze Aufnahme ist nur ein Todespunkt. Ja, ich wünsch die gerne. Macht's doch nur spannend oder so. Alter, der hatte doch nur noch ein halbes Herz. Ich, ich mach's für dich. Alter. Der hat... Oh. Na super, jetzt ist mein Todespunkt fast verflogen. Äh, du bist... Äh, du... Äh, du... Äh, äh, äh... Dein Todespunkt ist ungefähr... ...daneben immer. Ne, den hab ich jetzt selbst selber nicht mehr verstanden. Äh... Äh... Der spawnt hier irgendwo. So, also ich glaub die Menge, was ich dir jetzt machen werde, an reinen Kristallen, da können wir jahrelang festplatten, kraften, glaub. Äh, hoffentlich. Dann können wir jetzt sogar die 64er bauen. Äh... Ja. Gibt's auch ein 128er? Nein. Vielleicht gibt's, vielleicht haben die ja so extra Sachen, da gibt es 16 Millionen Festplatten. Es gibt ja eine, nicht Festplatte, sondern, äh, ein Gerät, wo du einlagern kannst, bis dann geht nicht mehr. Wie nennt man das denn? Gibt's, ähm, tiefe, äh, Ding, Lage, Ding, oder irgendwie so, auf Deutsch. Was? Ich spiel auf Englisch. Er spielt auf Denglisch. Denglisch. Zeig ihn auf Denglisch. Zeig ihn auf Denglisch. Halb Deutsch, halb Englisch. Wie drossisch. Oh je. Ups. So, das heißt. Ich muss ja aufpassen, dass die Dinger nicht... Geht das überhaupt? Ist der online? Der ist online. Wie viel Strom haben wir denn überhaupt noch? Oh, auch fast nix mehr. Schau einfach mal in den Reaktoren. Da noch drin. Was ist denn ein Stück? Und was sind die blauen? Und was sind die verbrauchten? Der ist aus. Der produziert grad gar nicht. Achso, der ist offline. Der ist offline. Der zieht aus dem Akku raus. Ah, okay, okay, okay. Aus dem Akku. Akkuleer. Ich hab mal eine Frage, David. Es gibt ja den... Du hast ja da unten den Erntor hingestellt, ne? Ja. Was ist denn das Gegenstück, wenn ich etwas wieder... Ich will jetzt nicht sagen besamen... Die Erde? Nein, ich hab's nicht gesagt, Josh. Ich hab's ja nicht gesagt. Also wenn ich die Erde wieder bepflanzen will. Mit Besam. Mit dem Pflanzer. Den nennt sie auch wirklich Pflanzer? Ja, ich glaube. Auf Deutsch steht natürlich Pflanzer. Tatsächlich, er nennt sie Pflanzer. Wieso soll das denn sonst nennen? Ich weiß nicht. Besame? Ein Pflanzer? Sag mal, wo ist doch eigentlich der Unterschied zwischen dieser Redstone-Platte Gärtner? Wieso brauche ich die denn? Gärtner? Redstone-Gärtner? Roboter-Gärtner? Roboter-Gärtner? Also hier gibt's viele, die irgendwie sich damit beschäftigen. Kartoffelbeutel. Das sind keine Bauern. Doch, keine Bauern. Nein, 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 nein! Nein, scheiß Sauberleck! Herrgott Sacramente! Kotz mir jetzt langsam, Mann! Folge wird 18 plus! Doch, wahr, Mann! Oh ja, interessant, interessant! Mein Gott, hab ich Glück, dass ich grad nicht auf dem Haus arbeite, ey! Ähm, wir brauchen ja Zinn! Schön für dich! Schön für dich! Ähm, müsstest du da unten gucken, in der... Also, weil es wird meine halbe Sacht anunter! Da unten wartet wieder ein Slime! Und das aber lässt mich wieder nicht in den Weg ran! Äh, ich brauche Akku, ey! Woh- Woh- Entspann dich! Woh- 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 Oh, Herr Gozaki, ich hab's gesagt, kann mir jemand mal helfen, mein nettes scheiß Haus da vor dich bauen. Ja, Entschuldigung, auf dem Haus sitzt auch noch was, so, sonst. Ah, so. Mann, Leute, ihr liebt Böse, das glaubt ihr gar nicht, dass ihr so kann, ich kann auch so. So, das war der Erste, das war der Zweite, und es ist nur noch Kleine da. Ich hab Hut freigeschaltet. Noch ein Hut freigeschaltet. So, der Bösesleim ist weg. Es geht ja nicht darum, es geht darum, dass er die Scheißgriffe... Galle. Nichts scheit... Hast du noch Kristalle? Nein, ich hab keine mitbekommen. Nein, nicht bekommen, sondern... Hast du welche in den Inventar? Nein, hab ich auch nicht. Ach, krumm. Sack. Ja, hier irgendwie haben wir's zur Zeit, ne? So, mit ein paar... Geh weg, Fledermäuse. Sorry, Yoshi, ich pass jetzt erstmal auf dich auf. Jawohl, das ist ja egal. Ich kann Fledermäuse mich töten. Ja. Wenn's ja Ender-Sonnen haben, ja. Ja, gleich geht die Sonne auf. Nein! Das ist etwas sicherer. Oh! Pig-Creeper. Aber nur meine Lieblings-Creeper, die machen keinen Schaden. Yay! Eieieieiei! Ich hab Angst. Da-da-da-da-da. So. Äh, was brauchen wir jetzt noch? Hier die Festplatten. Rainer Grazpistahn, haben wir jetzt einen Haufen. Klaus braucht man. Klaas! Klaas! Jetzt brauchen wir Sand. Ja, ist ja kein Problem. Ach, stimmt. Wir können ja aus, ähm... Bruchstein können wir ja klein machen und so unterstellen, ne? Ja. Ich lebe! Nein, tötet es! Ich hörte das Buch auf das Eier legt und ich hab vier Blei gefunden. Wow. Ja. Wo waren diese... Ah, da war das kleine Stückchen. Schon stolz auf mich sagen. Ganze vier Blei. Ja. Ja. Fast eine halbe Stunde Arbeit. Ja. Guter Schnitt. Und jetzt sind wir auch wieder durch. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Hupt mich auch ohne Fluchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.